Hallo liebe Fußballfreunde, Thema SV Evensberg Dritte Liga 2022-2023, sechster Spieltag, SV Evensberg gegen SV Waldhof Mannheim Entgebnis 1 zu 0 SV Evensberg, Startelf Christoph Flinauer, Korea, Konrad Neuberbauer, Sahin Jakobsen, viel Rochelle, Koffi, Schnellbescher SV Waldhof Mannheim, Startelf Brenniss, Reddell, Sekart, Kartenbastin Janis Höger, Rosso, Tats, Koterch, Bansam Das war's von SV Evensberg gegen SV Waldhof Mannheim Uhrzeit 9.23 Uhr 9.23 Uhr 10.23 Uhr ob Vielen Dank.